Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Leuchtend Hell und für diesen müssen wir Kaltas im Schloss Nathria auf dem Fähigkeitsgrad normal oder höher erlösen, nachdem wir alle vier Kohlpfannen des Raums entzündet haben. Und als allererstes solltet ihr wissen, ihr müsst ganz normal erstmal die erste Phase spielen, den Boss vollheilen und dann in die zweite Phase kommen. Denn dort können wir dann die Kohlpfannen entzünden. Hier ist es nämlich so, dass wir Kaltas und seine Fähigkeiten nutzen müssen, um alle vier Kohlpfannen, die sich übrigens in den vier Ecken sind, zu entzünden. Die erste Kohlpfanne können wir mit einem Tank-Hit entzünden und zwar heißt der Flammenstoß. Der geht ganz einfach auf den Tank und dementsprechend zieht ihr den Boss da hin, lasst da drauf hitten und dann habt ihr die erste Flamme entzündet. Die zweite, bei uns jetzt hier unten links, das blaue Mark, da müsst ihr einfach einen Phönix draufziehen, denn der Phönix hinterlässt einen Debuff schwelende Überreste und diese schwelenden Überreste entzünden die zweite Pfanne. Die dritte Pfanne ist bei uns jetzt unten rechts, hier in dem Fall lila und da müssen wir uns als Gruppe nämlich einmal gekuschelt hinstellen. Und zwar haben wir da den Effekt Glutexplosion, das muss eine komplette Gruppe sorgen und dementsprechend, wenn ihr da alle steht, habt ihr es auf jeden Fall entzündet. Bei uns hat es schon da geklappt gehabt, deswegen habe ich ihn gleich weitergezogen und die letzte hier oben rechts müssen wir auch im Normal wieder als Tank hin. Und zwar haben wir da die letzte Fähigkeit, die im Normal nur auf die Tanks geht, im HC und im Mythic auf alle und zwar heißt die Loderne Woge und das ist einfach dieser Blast nach vorne. Wie gesagt, im NHC geht er wirklich nur auf den Tank, deswegen könnt ihr euch da einfach mit dem Tank hinstellen und ihr kriegt sie entzündet. Im HC oder Mythic, wenn ihr das Achievement versuchen solltet, warum auch immer, dann müsst ihr euch wahrscheinlich da mit der ganzen Gruppe hinstellen und dann rauslaufen. Also wir fassen nochmal zusammen, wenn ihr in den Raum reinschaut, oben links beim grünen Mark, da müsst ihr euch einfach hinstellen, den Tank-Hit reinhauen, Flammen der Stoß. Dann unten rechts, äh ne unten links, so rum, das zweite, da müsst ihr den Phönix hinziehen, das ist das blaue Mark, was wir da hinten hatten und da einfach die Pfütze ranbasteln. Dann, ähm, bei dem unten rechts, da solltet ihr, da haben wir das lila Mark stehen, da solltet ihr euch mit der Gruppe kuscheln, da muss die Glutexplosion rein und oben rechts, da muss dann, ähm, die Loderne Woge rein und im NHC geht die immer auf den Tank. Dementsprechend kann sich auch der Tank reinstellen, ja, also heißt, als Tank solltet ihr euch eigentlich einfach an jede Rand stellen, außer die mit dem Phönix, weil er, ähm, ja, der Phönix verfolgt die Tanks halt dementsprechend nicht. Und das müsst ihr auch nur in einer Phase machen, dann sind die angezündet, ihr müsst es nicht in beiden Phasen vom Bosskampf machen. Mehr ist es eigentlich nicht, relativ einfaches Achievement und ja, damit sind wir mit dem kleinen Achievement-Guide durch, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren fürs nächste Video, um das dann auch wieder gleich angezeigt zu bekommen. Ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!